Guten Abend zusammen. Wir sind dabei, den Friendship is Magic 18 durchzugehen. Bei der 16er oder 15er oder was es war. Hat mein Partner ein bisschen Scheiße gebaut, aber es geht ja dein Video. Du bist schuld. Die 18 ist übrigens gut. Ja, jetzt gucken wir mal, was uns hier erwartet. Aber wir schlagen uns ganz gut, finde ich. Schlag dich gleich gut. Was ist jetzt passiert? Ah ja. Was ist da? Ah ja. Okay, guck mal, da ist das da. Das klappt sich auch. Und wenn ich jetzt hier runtergehe, dann ist hinter dir, guck mal hinter dich. Da. Ja. Oh je. Ja. Hier vermute ich mal, dass die Teile runtergehen. Ne, was passiert hier? Ah ja, da geht's hoch. Okay, aber ich würde mal sagen, wir drücken das nicht hin. So, du holst jetzt erstmal einen Würfel. Komm mal den Würfel da oben runter. Ja, den musst du holen, guck mal. Und ich ihn. Komm mal her. Ja, bin auf dem Weg. Ich geh mal den Ding deaktivieren. Hä? Ach so, jetzt haben wir alles fertig. Auch gut. Ah stimmt, ja. Ja, okay. Mach bitte an. Ah. Weg auf. Mach hier. Und hier. Geh auf den hier. Geh hier hin. Auf den. Ja. Ne, du musst jetzt, du musst ein Portal sitzen. Ja, cool. Saugung. Was passiert? Hättest du nicht abgebrochen? Nein, ich hab nichts gebrochen. Guck mal, ich bin immer noch drauf. Ich hab nichts gebrochen. Ich bin immer noch drauf. Warum ist das Ding da hinten runter? Oh fuck. Der ist ja schon runter gegangen. Ja, ich weiß. Das Ding ist schon runter gegangen. Ja, ja. Geh mal auf den anderen Knopf. Ah, ist das eine Zeitsteuerung? Ne. Ich geh mal rüber. Ah, warte mal. Da ist aber was. Da ist aber ein weißes Feld. Hat sich was geändert jetzt, oder? Ja, das Ding ist runter gegangen, wie du euch gesagt hast. Ach so, ja. Okay, gut. Das ist ja gut. Ja, warte mal. Ich geh mal kurz rüber und schau mal, was passiert. Aha. Aha. Zoom jetzt. Ich weiß noch nicht, wo ich bin, aber ich glaub, ich bin irgendwie in der Falle. What the fuck? Wo sind wir? Du bisschen. Ich hab grad gar nicht mehr. Was finden wir? Ich hab mir dann da hergekommen. Hä? Hä? Woher kam wir denn überhaupt? Ich hab grad nicht mehr. Ich hab grad nicht mehr. Ich hab nicht mehr. Ach guck mal, da unten. Ich geh jetzt noch weiter. Mach mal da bitte. Irgendwo. Hä? Ach so, warte. Hä? Ja, ich geh nicht runter. Ja, ich geh nicht runter. Ja, ich geh nicht runter. Ja, auch echt. Ich geh nicht runter. Nein. Doch, das ist richtig. Und jetzt du. Und zwar hier und hier. Mach. Da und da, mach! Hab ich! Na? Sag doch nicht immer nein! Schluss mit dir! Okay, wir sind drüben. Oh, what the fuck, Alter! Aber wir hätten den Wuppel mitnehmen sollen. Wir können gleich nochmal zurück. Oder? Warte mal, was? Nein, dahin. Jetzt haben wir keinen Wuppel. Warte, geh mal rüber. Aber wir springen hier. Ops. Das ist ein Laserstrahl. Bring ihn her! Bring ihn her! Bring ihn her! Der Laserstrahl ist doch kein Laser. Oh, jetzt da rein! Oh, man! Guck dir ruhige Markierungen, Alter! Ähm. Okay. Da haben wir da noch einen Würfel irgendwie. Da haben wir was. Ops. Aja. Guck mal. Okay, da ist ein Würfel. Das heißt, geh mal da drauf. Das geht also nicht. Warte mal. Warte. So. Du drückst jetzt auf mein Kommando. Da drauf. Da drauf. Und dann? Was ist denn vor? Ja, mach einfach. Nein! Wir sind auch irgendwie rüber. Das wäre die Nummer 2 gewesen. Aber ein Würfel fällt uns. Aber ein Würfel fällt uns. Außer? Es fehlt kein Würfel. Ich komm gleich. Ich muss auch mal mitkommen. Brauch dich dafür. Oh, scheiße. Okay. Komm mal den Würfel der hinten raus. Okay. Okay. Sind wir soweit. Ich schieße jetzt da. Und das nächste musst du machen. Okay? Na, wenn ich es hinbekomme. Ich setze nämlich nicht wegen dem scheiß Würfel. Ja, okay. Würfel ist hinter uns. Also hier eins. Und dann da unten. Richtig? Ja, ich kann es auch machen. Ist schon gemacht. Und voila. Wir haben den Würfel dabei. Und ein Problem gelöst. Ja. Ja. Endlich mal wieder in den Raum ohne Falle. Die wir ausprobieren müssen. Sauber. Sehr gut. Und das war richtig gut. Sehr gut. Ging wunderbar. Und zum nächsten Mal. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.